Ich hab dir im TS ein Bild geschickt. Wieso ist Dungeon Finder in Progress? Das weiß ich nicht. Aber meld doch einfach für Utgard und Stratolme an. Alter, willst du mich verarschen? Ich kann nicht melden, weil der Dungeon Finder halt... Ach nee, warte mal. Ich hätt ja irgendwie Bock auf Prüfung des Champions, aber da können wir leider noch rein. Was ist denn Multiple Dungeons? Bitte nicht nochmal Oculus. Nein, ich hab Stratolme und Utgard Pinnacle angemeldet. Sehr gut, guter Mann. War ja irgendwie klar, oder? Die geht ja auch recht fix, zum Glück. Ja, das ist nicht mehr. Arthas, gut, dass ihr... nein, Uta, gut, dass ihr es geschafft habt. Ach ja, nee. War gut, dass man niemanden hinterherlaufen muss. Hey, jetzt bin ich ein Mensch. Juhu. Penisbrotier. Oh Mann, ich wollte schon immer mal ein Mensch sein. Ah, jetzt bin ich wieder eine Katze. Besser. Oh, ich hab ja... Ein Barlow. Cool. Was hast du? Ein Barlow, hab ich gesagt. Ach ja, stimmt. Hab ich auch. Du brauchst auch die Frisur? Ach ja. Einfallsreicher. Alle die selben. Alle sind gleich aus. Ah, ich krieg die Quest noch nicht. Ist das so verpackt, oder was? Wieso? Ach, du kriegst die Quest doch nicht. Den Oculus hast du sauber bekommen, oder wie? Ja. Was? Das war komisch. Sollen wir lieber nach Udgard gehen, wenn du hier die Quest noch nicht bekommst? Ich sieht ja auch nicht. Warum, wenn du den Oculus bekommst, ist das auch eine 80 Instanz. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Kisten wären. Ich bin immer vorgeritten, habe gewartet. Hier sind Kisten. Also wollen wir jetzt doch hier rein, ja? Ich könnte, wie gesagt, auch anmelden für Udgard und danach nochmal hier hinkommen, wenn er beim Kind die Quest kann. Im nächsten Level. Vielleicht. Weil Udgard, der kann ja auch die Quest auch nicht. Wieso? Er konnte doch den Oculus auch. Verrückt, ne? Verrückt. Müssen wir die wohl nochmal machen, hier? Was ja schön ist, weil die so viel sind. Dem wollte ich ja aus dem Weg gehen, aber... Ja, Balor ist voll überheblich geworden. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist richtig. Antwortet er nicht mehr. Das läuft schon ganz richtig erkannt. Alter Vater. Ich habe wenigstens eine Eisenbahn. Guck. Warte. Kann ich hier nicht aufstellen? Nein, hast du dir da einen Dalaran gekauft oder was? Ja. Yeah, level up. Eine Eisenbahn. Ja. Ja. Wortschatz, das habe ich. Arthas. Also wenn ihr alle mal... Oh. Hörst du deinen Töne mit mir, Junge. Du kannst du den Prinz, aber ich bin... ...warte ich aber überall noch nicht rein in die Rugs. Als ob ich es vergessen könnte. Wir sollten mal alle Level 80 werden. Da dürfen wir in Halls of Reflection und Spit of Saron und Halls of Souls. Geil. Wir sind zu früh. Wie mochte ich? Diese Leute haben alle infektiviert. Sie können jetzt nicht sehen, aber es ist nur ein Wettbewerb der Zeit. Wenn ich die Wahl habe, stattdessen irgendwelche NHC-Instanzen zu machen. Sag mal, ab wann kommt man denn überhaupt auf den hier... ...in diese Zone vom... Kataklysm? Kataklysm, ja. Wann gehen da die Quests los? 80 erst. Nicht mit 78 schon? Nein. Was ist für ein Lärm da im Hintergrund? Bei mir? 78 wären die... Nein, 80. Es ist definitiv 80, wenn's. Okay. Ja, weil... Ja, ne? Wir wollen aber auch nicht questen, falls du es... Für welchen zickigen Unterton er es sagt. Wir wollen auch nicht questen. Nein. Wir wollen ja gar nicht questen, aber... Berlin schlägt halt seit ungefähr 30, 40 Folgen vor. Wir könnten ja auch... 30, 40? Seit 120 Folgen schlägt der vor, wir sollten questen. Ja. Und daher weiß ich schon, ne? Was das vergebene Liebesmühe von dir ist, äh... Wir könnten uns trennen und wir questen, während sie... Instanzen machen und dann gucken wir mal, wer schnell noch fertig ist. Was hältst du davon? Das wäre natürlich, wenn wir beide zusammen questen und die können... In zwei Stunden sind wir 85. Joa... Meinst du? Zwei Stunden... Ja. Ja. Wusstest du nicht, dass das reduziert wurde? Na gut, vielleicht nicht zwei Stunden. Aber ich glaube, wir würden es in einer Session schaffen. Ja. In einer Session. In einer Nacht auf jeden Fall. Nein, Session. Also so von 8 bis 1, sagen wir mal. Hm. Glaube ich. Doch, doch, doch. Von 80 auf 85? Ich glaube nicht, ne. Ja. Mit einem Arrested Bonus natürlich, ne? Also nächste Woche, zum Beispiel. Könnte man ausprobieren. Ja. Warte mal. Muss man aber nicht. Also ich meine, es könnte knapp werden. Also es... Aber, ne, wenn man es richtig effektiv macht, dann kann das funktionieren. Meine Lieblingsinstanz, yay. Wir sind ready, mein Prinz. Oh mein Gott. Er, er hat Flügel. Let's go. Sag mal, äh, funktionieren denn die, äh, T6-Schulter noch, dass die Flügel da rauskommen? Kannst du das? War das nicht das Kopfteil? Stimmt, da war ja immer so. Ich weiß nicht, ob das bei PvP und PvE umgedreht war, dass da einmal die Schultern, einmal das Kopf... Aber ich meine, es waren sonst eigentlich die Schultern. Leckiges Liegtland ist... Die Flügel kommen ja auch auf jeden Fall aus den Schultern raus. Wer ist bei uns im TS und warum? Weiß nicht genau. Ich hab's auch nicht nachvollziehen können. Hast du ihn rausgeworfen? Hallo? Ich kann euch wirklich nur wünschen, dass ihr niemals irgendwie Familienmitglieder habt, die dement werden. Das ist ein bisschen anstrengend. Familienmitglieder, die dement werden? Ja. Wie kommst du denn da jetzt drauf? Weil meine Mutter heute zum sechsten Mal angerufen hat und mich daran erinnert hat, dass wir morgen, äh, also dass ich morgen mit ihr zum Arzt fahren muss. Also ich hab's nur gesehen, dass sie auf die Mailbox gesprungen hat. Sechs Mal, an einem Tag. Ja, ja, ja. Welle eins. Mhm. Nee, nimm mal hin. Meistens freu ich mich auf das in Gang. Ist das nicht der Gang, über den du auch, äh, in den Dingerns da geredet hast? Mhm. Ich wollte es nur sicher gehen. Och, fuh, 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 fuh. Mhm. Gab es überhaupt tolle Instanzen in Wrath of the Lich King? Wo wir uns jetzt schon über Halls of Stone, also in meiner Person, über Oculus und die hier aufgeregt haben. Welche hat dir gefallen? Äh, war sowas wie... Drac Theron zum Beispiel? Hm? War diese andere Troll-Indie-Namenschwör vergessen? Gab es noch mal andern? Die Drac? Genau. Die ging ja mal recht fix. Das stimmt. So eine gute Instanzen muss schnell gehen. Ja, zumindest sollte sie halt nicht nervig sein. So wie hier. Also generell, wo doch irgendwas getriggertes waren muss, ist halt ein bisschen blöd. Aber die Wellen, die spawnen doch nicht aus. Zeitmäßig getriggert, ne? Und die hier nicht, ne? Wenn dir eine tot ist, spawn die nächste. Jetzt gibt's erstmal Epixel. Alles gut. Der ist ja Level 82. Hm? Oh, der ist zu stark rein. Äh. Treff den nur selten halt. Hm, 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 hm. Sag mir, warum mein Recount immer wirklich geht. So nervig. Bei jedem neuen Instanzbeginn, oder cream? Ja, anscheinend, ja. Wird bestimmt automatisch eingestellt, oder? Weise nicht. oder vielleicht ist es automatische auf ja drücken da ist einer bei uns im tss sagt einer meint ihr wins oder was sie da hören weißt du irgendwas balo ich weiß nicht ich habe nichts gesehen also ich kann aber auch gar nicht wechseln nein ich höre in den jahr hörst du irgendwas anderes außer uns im moment nicht und tss wird nichts als balo im weg war hat man ihn gehört vielleicht haben die beide screams bei des films an und ist noch gerade gar nichts die welle kommt auf dieser seite hier wo die wellen kommen was bei mir nicht auf jeden fall siehst du denn jemanden gerade im tss-channel weil ich kann nein es kann ja drin irritiert mich dass also was sie da erzählen und hat auch leute die normalerweise nicht dumm rum labern so meinst du sie wollen mich verraten der hat über den tss rosinenbrot gegrüßt also balo irgendwie hat sich das strange an ich weiß nicht und den heute jetzt noch oder wie also an die leute da draußen ich dachte ja erst wir wollen witz machen um meinen winds oder so in der pause war das okay vielleicht war es ja dein hund der irgendwas gegessen hat balo sagte was das für ein krach ist und das war er war das denn der krach den du da gehört hast ja was war das denn für krach den du dir da vorgestellt hast weiß ich nicht vielleicht ist das so ein typ der so ein wisper ding mit dir aufgemacht hat das könnte natürlich sein aber du merkst es nicht muss ich das annehmen ne ich glaube nicht der ist dann halt aber nicht bei uns im tss-channel geh doch mal eben raus oder hast du keinen fenstermodus ja doch aber dann springt halt die die aufnahme um du kannst jemanden einfach anlabern im tss im voice wenn du genug wenn du noch power dafür hast ja naja wenn es halt nur standard eingestellt ist und das hier das heißt die einzige möglichkeit wäre den zu bänden oder was ja das könnten wir gerne machen wie heißt der denn weiß ich kann nicht habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gehabt im voice war in einem poisken der bruder von drunken oder wenn ihn vielleicht also drunkens bruder vielleicht also es wäre natürlich blöde weil wenn wenn ich das nicht unterbinden kann dass die leute random mäßig einen scheiß rein spammen dann werden noch mehr idioten wie dieser auf die die kommen das zu tun ne ja ne wir können ja mal gucken ich habe ja auch ein tss zu fragen die daten kennt niemand ja aber das ist ja auch langweilig es wäre zu leicht nein wo hast du deine tss gemietet und was zahlst du deinen monat für nein wir werden teamspeaks gesponsert ach und warum 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 wo ist ja der typ den wir hier müssen fragen kann da hinten mal in deiner freundin oder wieder von deiner freundin nein die hat damit nichts zu tun das ist ja jetzt nicht so dass die sich zieht ne ja wir waren jetzt auch ein bisschen lahm hier wieder hin zu gehen wir standen jetzt ein bisschen rum haben uns mit vince unterhalten ja das kann man auch machen per stets wird diese ja da muss jemand die wisperliste aufnehmen und dann kannst du auch hier das wird dass man hier ein wispern kann von den rechten herr das hätte ich nicht gedacht aber doof eingestellt ja ist halt nichts verboten ist natürlich doof in der offensten als vielmehr soll ich schon das streaming channel sollten vielleicht nur so blockade dabei machen kannst ja channel richten umständen naja ist ja auch was anderes wieder wenn man mit dem bisherigen instanzen durch sind dann kaufen uns einfach ein bisschen item level gear um in trial of the champions zu gehen wobei nur ich da zu schlechtes item level für ihr seid ihr scheint dass ich schon zu haben wenn man auf in einer tour auf winds rum zu haken wer jetzt ich ach so ja stimmt ich habe braucht 180 was braucht das item level 180 diese kann man ich habe 150 ich habe 174 das ist ja das ja mal an so für die anderen auch aber ich sehe da nur meins im moment ja wenn ihr schon filtert immer alles weg wo ist eigentlich arthas hier bei uns und wo ist unser also die item level sachen die ihr bekommt und nicht braucht sollte die auf jeden fall nicht verkaufen welchen item level brauchst du denn für trial of the champions 180 für pit of saron und so weiter auch aber gut und wird da noch hingehen wobei warum nicht von 80 bis 85 die ganze zeit in die vier instanzen gehen wollen wie das ergibt ist ja vermutlich mehr xp und besseres loot oder was ja das auch und sie sind vermutlich einfacher aber es ist halt naja also nicht dass uns zerstören würde ich sag nur wie viele folgen sind wir in utgard die reingegang 5 6 ich glaube dass wir ein paar mehr na nee doch gibt ja nur bis 82 gibt es nur zwei dann kommt eine neue dazu und dann kommt noch glaube ich diese luft instanz und dann erst wieder welche bei 84 weißt du eigentlich auch so normal gar nicht gerne oder jetzt nur hier mit uns weil halt so viele was aber ob ich queste ich hoffe dann testest du nicht gerne richtig sein nein nein ob du questest also ja normal schon aber quest ist für mich sowas was ich dann echt nur mache mit komplett afk sein und ja keine ahnung ist halt vielleicht strunze in öle das dann das dann für mich so nur das weil man zeit muss weil es halt schnell geht und gerade in gruppen quest ich halt nicht gerne aber das kann ich nachvollziehen weil halt häufig dass es ein bisschen nervig ist ne wenn man in sachen mehr weil es halt irgendwie immer hat irgendwer dann plötzlich eine quest die ein anderer nicht hat und dann dann ständig diese quests wo du halt irgendwelche items aufsammeln musst und dann ewig auf den respawn wartest und so aber ich finde mittlerweile könnte man eine gute kombination machen kannst du aber ich denke in der mop werde ich es wohl wieder machen aber weiß ich noch nicht genau ja kann ich das eigentlich jetzt so einplanen dass da nachts live und steam und kosten ja müsste ich zwar irgendwie auf deinen server kommen oder so naja richtig geht das ja nicht naja aber wäre jetzt zu ertragen ja also bin ich für ach so hier kommt ja noch der boss ich wollte schon weiter gehen ich wollte er das ansprechen hier gibt es auch nur eine quest ne recht oh cool ist irgendwie netter also die 48 kxp werden wir wahrscheinlich nicht ausprobieren das gibt es doch sicher unser ingame channel heißt ich weiß nicht ob das gehört hat antworte ich mal so wird das sicherlich den stream gucken vermutlich ne oh ja das ist ja das ist ja das ist ja das kann ich doch mal haben ich eben schon eine heizkette gekriegt gerne wenn ich die heizkette kriege dann oh 146 was ist 146 denn durchschnittliche item level nein das die heizkette die ich habe hat 146 ja meine hat 115 ja und wahrscheinlich mit 187 juhu könnte man ja ruhig mal abdrücken ne jaja weil das wie viel item level brauchst du denn noch ich weiß nicht so richtig irgendwie die anzeige ist ein bisschen strange die anzeige ist bei zugucken ja ist mir schon klar aber die anzeige dort und die anzeige in dem dungeon browser sind unterschiedlich ja du musst auch immer mit der äh ja auch das weiß ich aber es ist keine der zahlen dann sagt du mal den vergleichswert das moment bitte wem sagst du gerade im moment bitte wenn es er wirkt ja schon immer schreiblich ein bisschen angepisst du musst dir sms schreiben ja ja so ähm ja du hältst mich halt du deswegen war ich jetzt so angepasst ich bin ja nicht riesig und spiel zuerst mal wo w also 159 habe ich anscheinend tatsächlich 181 habe ich mit allen sachen im inventar im dungeon dingens steht im moment dass ich hätte 173 ok ja das wollte ich nur wissen verstehe ich nicht ja ich auch nicht aber vielleicht hat es einfach nur im dungeon dingens nicht aktualisiert ist meine hoffnung in deinem charge sheet wird halt angezeigt was was du an was du für den tatsächlichen und für den dings level hast dann ja ja genau für den tatsächlichen und mit dem sachen mit mir nur ein Tag davon stimmt keiner mehr stimmt aber keiner mit dem überein der vielleicht hast du irgendwas im inventar was du aber nicht benutzen kannst aber auch das ist eigentlich ich normalerweise nichts aber egal ich würde sagen wir schauen einfach mal gleich wenn ich aus der instanz wieder raus bin jetzt hier hat das eine pause machen ja um unsere lungen zu klären also er will das heißt er will einfach einfach eine buffen da unfassbar also noch eine das balo dafür auch kein verständnis hat in seinem dungeon dingens wäre unverständlich brauchst du selber aber nicht während der instanz das meinst du das ist richtig aber früher hast du es da bestimmt mal gemacht ja weißt du aber ich bin da nicht stehen geblieben und habe gesagt ich muss jetzt eine rauchen einfach Zigarette an und beim nebenbei auf die Tastatur aschen auf die Tastatur aschen genau den Niedelbock an sich dann einfach und sich dann einfach eine zweite Zigarette anzünden obwohl noch eine im Aschenbecher liegt genau jetzt grüßen sich die Leute selbst im Channel und das Phänomen wenn man sich selber anruft oh ich bin wichtig du rufst dich selber an? nein er ist ja gar nicht da ne er ist nicht da er kommt gleich erst nein der Drache boah wie oft der stehen bleibt ne ja ich hab dich schon angesprochen ich dachte der dieser eine Drache aus der Heroikversion wäre da aber ich guck mal Mal Ghanes achja guck mal ich bin jetzt ein Mensch ich schurke mit Stab einen 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 weil ich habe hat ist konnte nicht nicht du Lass mich auf die Macht. Mein Name ist Small Conners, Bob. Er steht nur da, steht da, steht da, steht da, Malganis redet, steht da, steht da, Adra steht da, da, steht da, steht da. Redet, redet, redet. Und jetzt läuft er los, ne? Ach, Schrampe. So, mein Lieber. Bist hier gleich die Chromie geflogen kommen. Warlo. Ja? Was? Kommt die hier? Zumindest das Fragezeichen hier. Ja, da kommt sie angeflogen, siehst du. Oh meh. Hello again. Sag einfach. Ah, jetzt fehlt mir nur noch ein Item-Level. Oh, dann können wir mit dir auch Trial of the Champions machen. Ja, mir fehlen auch irgendwie so 3 XP oder so. Ah, jetzt draußen habe ich auch eure Ansicht. 975. Ich habe jetzt 175, glaubt ihr mir. Keine Ahnung, wieso, aber die anderen beiden haben 177. Wenn wir sagen können, brauche erstmal ein höheres Level überhaupt, um hier mitmachen zu können. So. Dann machen wir mal ein kurzes Punkt. 977. Und melden uns dann gleich wieder. voir Sperrottom. Sperrottom. Sperr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020